Einige von den Herren, die kennen mich, in der Öffentlichkeit, in unserem DAP-Programm. Und die Pflichte, wie gesagt, sind die heute aus. Ich muss das leider jetzt alleine machen. Da haben wir auch ein Zimmer. Da können wir ein bisschen nachgeschmacken, weil wir das ausschließen können. In der Folge, hier sehen wir auch das hohe Fall. Die Kommunikation, die jetzt nicht so funktioniert, hat wenig funktioniert. Kommen wir jetzt zu dem Turnier. Wir wollten hier, wie gesagt, sechs Mannschaften sind heute da. Ich prüfen möchte, ich den Post-Test machen. Dann möchte ich den restlichen Gruppen begrünen. Die Gastlinien im Verein am Rottokoller PC. Da kommen wir zuerst aus. Nun kann ich noch berücksichtigen können. Und dann zwei Mannschaften, die wir uns zum ersten Mal hier präsentieren. Wir spielen heute jeder gegen jeden. Das wird ja wahrscheinlich teilweise schon gesehen haben. Wir spielen zwölf Minuten. Einmal 1-4. Ein Tonier für Weltkrieg. Und ansonsten, wie gesagt, die Pause. Denken wir hier auf der Ausschreibung eingedrückt. Wenn wir weniger machen, ist das auch nicht beschrieben. Das liegt natürlich an euch, ob wir uns beeilen. Dann, wie gesagt, möchte ich die zwei Schiedsrichter vorstellen. Der Herr Brander und der Herr Oberer. Wie gesagt, von den Regeln her folgt noch an. Dann, die allgemeinen Halbrede. Das heißt, beginnend, wir trimmen ein. Dann noch kein Tor, ziehen wir von der eigenen Hälfte. Aber dann heißt dem sofort, warum die beiden Anstoß bleiben. Dann ist, wie gesagt, die Schiedsrichter hier. Das ist dieser Meist, der unterdrückend ebenfalls ist. Was ist noch zu beachten? Bei Rückgabe ist... Es bleibt alles so, wie es ist. Bei Rückgabe ist auf den Kanten nicht möglich. Und der Halle... Nein! Aufnehmen! 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 Wir spielen noch! Dann... Ah ja! Das ist ein weiteres Bild. 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 Aber das ist ein weiteres Bild. Genau. Abschlussdorf, bitte. In der Mitte. Und der Torstoss, bitte. Über Mitte. Über die Mitte, bitte. Aufnehmen! Aufnehmen! Ich sage, die meisten Linien sind die Linien, die wir benutzen haben. Alles stehlicher Platz. Aufnehmen! Alles. Ganz wichtig. Es gibt heute nur Geld und 2 Minuten. Also keine Runde. Auserwählen natürlich. Auserwählen natürlich. Weil es ist richtig. Und wie ist es in der Mitte? Die wird auch noch nicht. Nein! Wie ist es in der Mitte? Die wird auch noch nicht. Ja! Ja! Das ist ein weiteres Bild. Ja! Nicht darüber. Nur mal den Reigen. Das ist etwas für das, was sie verreinert. Es ist etwas für die Stadt. Mit dem ersten. Und wie mit dem ersten. Wir sind heute in den ersten. Das machte eine Nummer weiter. In der ersten! Die wechseln! Die! Die! Die, die! Die, 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 die! Die, 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 die ... Die, 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 die. Ansetzungen habt ihr ja, wie die Brunnen stehen, sind links von mir gesehen, unter Gast und rechts. Unter Teilen an der Brunnen. Wir beginnen durch Postsaison gegen das Brunnen. Und dann auch bei der Brunnen. Wir machen auch ein bisschen mehr, wie die Brunnen. Die Brunnen. Die Brunnen. Untertitelung des ZDF, 2020